Einen wunderschönen guten Tag, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marvel's Spider-Man 2. Wie müssen wir dem Kollegen hier helfen? Okay, ich will jemanden zum Abschlussball einladen, aber er ist was Besonderes. Nur Blumen und Schokolade reichen nicht. Ich will die Einladung auf ein paar Bildschirme projizieren, aber der Generator ist kaputt. Der Typ, der ihn mir vermietet hat, reagiert nicht. Riecht nach Betrug. Ich glaube, ich kann helfen. Danke! Ich habe den Generator von Reynolds & Co. Rentals gemietet. Ich schicke dir die Adresse. Ben dran. Okay. Überprüfe den Generator-Verkäufer. Dann machen wir das doch, he? Let's go! Glück, dass der Isar nicht so weit weg ist. Boah, das hat gerade noch gereicht. Perfekt. Ja, komm. Hm. Ja. Oh. Wusste auf Schmerzen, fragt er. Ja, scheiße. Da kommt schon die Verstärkung, ha? So, Gib ihm. Komm. Hallo. Ja, Gott. Ja, Gott. Hoppala. So, Gib ihm. Komm. Den haben wir es aber erledigen. Ja. Aber erfolglos. Bonus-Schuss. Ja, Gott. War das der letzte? Ja. Diese Typen sind versorgt. Ich sollte mir den Verkäufer mal ansehen. Äh. Achso, ich dachte, die reden miteinander. Danke, Spider-Man. Ich helfe gern. Dann Kunde bat mich, mir eine Lieferverzögerung anzusehen. Schätze, wir haben die Antwort. Ja, was das angeht. Ich würde ihn gerne liefern, aber die Idioten haben ihn ziemlich beschädigt. Falls man ihn retten kann, wird es ewig dauern. Kannst du die schlechten Nachrichten überbringen? Mach ich. Ich muss VJ anrufen und ihm berichten. Gibt es gute Nachrichten? Es gibt Neuigkeiten. Der Generator ist hin. Warte! Okay, ich bin noch nicht am Ende. Komm einfach zu mir. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee. Ja, da bin ich aber gespannt, du. Dann zeig mal her deine Idee. Ich bin... auf dem Weg. Ey. Das ist ja plötzlich hier unten. Da der Generator hinüber ist. Gibt es noch welche in der Schule? Ich weiß, dass auf dem Dach Generatoren sind, aber die haben alle zu viel Leistung. Die Sicherung würde rausfliegen. Außer wir finden, was das unterversorgt ist. Die Niedervoltfrequenz sollte ich empfangen können. Und deine Elektrokräfte würden den Rest geben. Theoretisch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich habe einen Freund, der den Witz lieben würde. Okay. Finde die Stromquelle. Ja, dann let's go. Ob ich da gerade auf einen draufgesprungen? Halt der L2 gedrückt, um nach dem Niederspannungsgerät zu scannen. Oh, yeah. Okay. Ich habe die Spannung, die wir brauchen. Jetzt müssen wir sie ins Erdgeschoss leiten. Ja. Ich wusste, du kriegst das hin. Vielleicht kann ich die Stromknoten verbinden. Okay. Ah, so. Okay. Der nächste ist hier. Die Spannung scheint durch einen alten Stromkreis zu fließen. Wo muss ich als nächstes hin? Ähm. Warte mal. Ja? Nee. Ähm. Muss ich jetzt schon zu der Vorrichtung gehen, oder was? Ah, Moment. Hier. Äh, da. Nee, das ist... Das ist es nicht. Hm. Okay. Aber wo muss ich denn hingehen? Das ist ja schon der da, oder? Hä? Was ver... Was verpasse ich gerade? Die Frage, ha? Hm. Ja, mit dem geringsten Abstand. Aber ich sehe hier keine mehr. Das ist ja das Problem. Hm. Oder vielleicht... Oder vielleicht... Ähm... Ganz... Nee. Hier zwischen... Zwischendrin. Geht das? Nee, das geht nicht. Okay. Hä? Hä? Ja, aber... Finde ich so doof, oder was? Ich meine... Warte mal. Komm, kletter mal. Bye, D. So. Ganz so. Nee. Hä? 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 Warte mal. Hä? Warum ist jetzt da der rote zu weit? Aber wo ist denn hier sonst noch so ein Ding? Scheiße, ey. Das kann doch wohl nicht sein hier. Ah, warte. So. Warte. Ja. Nein, jetzt komm schon. Ah. Ach, was ist denn jetzt? Okay. Ah, da. Hm? Da hoch. Dann gucken wir mal. Moment. Das ist die Gleichung, mit der er mir beim ersten Date geholfen hat. Äh, Lerntreffen. Lerntate? Spider-Man. Das ist der erste Hinweis. Ries du es um. Okay. Guck mal, wie die sich freuen. Okay. Was ist das? Oh, bei diesem Film hatten wir unseren ersten Kuss. Komplett mit Spangen und Lippenpflegestift. Trotzdem. Bester Kuss überhaupt. Spider-Man. Das Poster hängt fest. Würdest du mal ziehen? Geil. Oh. DJ muss im Hof sein. Zeit für die Enthüllung. Setz dich und schnapp dir etwas Popcorn. Ich bin gespannt. DJ? Das alles riecht sowas von nach dir. Du warst schon immer ein besonderer Typ. Und zum Glück bist du mein besonderer Typ. Ich liebe dich, Lukas. Willst du? Willst du? Äh. Schuhe? Äh. Nicht ganz. Oh nein. Ich muss auch was tun können, um zu helfen. Aber was? So. Schulball? Oh. BJ, na klar. Pailletten, Blazer, Pärchen, Look. Oh yeah. Huh. Das war knapp. Spider-Man. Komm runter, damit ich mich bedanken kann. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Heilige Scheiße. Du hast wirklich Spider-Man dazu geholt? Was für ein Tag. Alles für die liebe Leute. Ich freue mich für euch. Genießt den Schulball. Okay. 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 Ja. Sehr schön. 1000 dp. Na hopps, hast du da. Sag mal so. Ah. Abschlussstreich. Okay. Hä? Es gab eine Meldung. Lance wurde entführt. Dieser Lance? Er könnte überall sein. Wer hat ihn geschnappt? Keine Ahnung. Aber wenn ihn jemand finden kann, dann du. Ich habe diese Woche schon Verrückteres gemacht. Ich bin dabei. Gut. Ich bin auch dabei. Aber erst morgen. Dieser Geistmann. Danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.